ich merke dass ich gerade müde werde ich glaube lange mache ich nicht mehr um um Um, um, bye Luigi! Mombing, ich dachte, das kommt da oben raus! Was? Was? Oh, hallo! Oh, yes. Oh, yeah! Oh, yeah! Mm, dear. Na, 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 na. Schau, ich habe da ein Loch gemacht, aber da ist nichts passiert richtig. Oder kann ich nicht rein wegen dem? Nö, ich kann da nicht rein. Oh Gott! Gib mir Geld, jawoll! Ja. Ja, klar. Vielleicht kann ich ja jetzt. Gibt es hier irgendwas, was die Verbindung verändert? Ich habe was gefunden. Mal sehen, wo es uns hinführt. Es wird uns... Ne, 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 ne. Ach komm! Ist das dein Ernst? Es gibt noch zwei verdammte Rohre! Huh? Oh, oh, oh. Da kann ich nicht rein? Oh, ich bin grad... Na, ich mach auch hier nur noch Mist. Ach, was ist denn da los? Es sind hier... Es wäre ja auch zu einfach, ne? Ah, ich bin doch so doof. Hä? Ist das nicht? Oh... Man ist da... Wow. Wow. Na, Schlüssel 10 haben wir auch schon so oft ge- So, du kriegst deinen Kollegen. Oh, Gott! Ich muss bestimmt... da unten... ja, das Wasser... muss ich bestimmt abstellen. Okay, was passiert, wenn ich das... ... so gut... ... so gut... ... so gut... ... so gut... So. Oh Gott. Erschreck dich doch nicht von der Ratte. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was? Ach der ist schon wieder! Was macht der? Oh nö, der überflutet alles! Das heißt... Nein, mit Vado! Oh nö, der überflutet alles! Ich bin tief im Schlamassel, Luigi! Ich bin tief im Schlamassel! Sehr schön! Ich bin tief im Schlamassel! Ich bin tief im Schlamassel! Wow! Ernsthaft? Wie cool ist das? Ich bin tief im Schlamassel! Was mit da verbunden ist, super! Was war das denn? Ich bin tief im Schlamassel! So eine Mine! Ich bin tief im Schlamassel! Oh cool! Wie führt das hin? Ich bin tief im Schlamassel! Zuzo! Ich bin tief im Schlamassel! Ich bin tief im Schlamassel! Ich bin tief im Schlamassel! Wow, ich werde immer abgestoßen. Oh Gott, was? Was? Rette mich, Luigi. Luigi, ich treibe. Nein, ich werde rutsch. Oh Gott, das war nichts. Oh Gott. Oh Gott. Oh, was zum? Oh Gott. So, und hier durch die Lutsch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Sieht aus wie eine Battle Arena. Na ja, nicht ganz. Ist so eine Arena aber nicht jetzt für einen Boss oder so. Oh Gott. 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 Oh, yeah! Hmm. Ah! Oh Gott! Warum soll ich da durchkommen? Das ist Luigi. Achso, ja, ich kann da drüber und da. Ich bin so doof. Jetzt verstehe ich auch das System. Der geht jetzt ganz nach oben. So wie ich es brauche. Und dann den Schalter. So wie ich es brauche. So wie ich es brauche. Ich bin so cool. So cool. So cool. So cool.